Die 150 der Dennis Rosmanek vom Volleyball-Verein Ralldorf, die 151 Manuel Rohm vom Glocks Fitness Kieße, die 154 der Stammhund Tum vom Meistercenter 1, die 155 der Kamil Skalik vom Powerhouse Ludwig Sport, die 158 der Knave Zaglidi vom Glocks Fitness in Gieße. So, meine Herren, eine Viertel-Drehung nach rechts. Wir drehen, Schocken, wir drehen! Viertel-Drehung zurück in den Ralldorf. Schaut weiter auf! Schaut weiter auf! Schaut weiter auf! Schocken, dreh nicht mehr! Und eine Verlustung zur Frontansicht. Dankeschön, ihr wechselt einmal durch! Nach rechts! Und nach rechts! Druck auf die Brust! Eine Viertel-Drehung nach rechts! Abbe! Eindring! Viertel-Drehung zurück in der Sicht! Schau, ein ganzer Aufmachen! Schultern runter, Vanu! Viertel-Drehung nach rechts! Und von der Drehung zur Frontansicht. Dankeschön, meine Herren. Wir sehen euch zur Siegerehrung. Vielen Dank an die Toppen-Sex-Athlete. Bitte zu eurer linken Seite die Bühne verlassen. Das war das erste Finale in unseren Physikklassen. Es folgt das zweite Finale. Die Athlete der Männer in der Physikklasse 2. Seid gespannt auf die sechs Finalisten. Die da sind in der Startnummer 164, Markus Reiter von Bodycoaches Edelstetten. 167, Armin Maa von Power Gym-Urdingen. 171, Arko Mensa von Bizeps-Store München. 173, Klaus Kopp von Mexsport Stuttgart. 174, Kai Seger von Thales Hagen. Und die 174, Nabil Ben Pizziane von Gym 80 Ergolding. 174, Kai Seger von Thales Hagen. 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 184, 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 Kai Seger von Thales Hagen. Und zur Vorderansicht. Dankeschön, wir wechseln einmal durch. Viertel Drehung nach rechts. Viertel Drehung zurück in der Sicht. Viertel Drehung nach rechts. Und eine Viertel Drehung zur Vorderansicht. Dankeschön. Wir werden euch gleich wiedersehen zur Siegerehrung. Das war das Finale, die Präsentation der Top-6-Athletin der Männer-Fusik-Klasse 2. Wir kommen zum dritten Finale. Sechs Athleten, die es geschafft haben, sich zu qualifizieren für die Finalrunde. Und das sind in dieser Kategorie die Startnummer 176. 178. 178. 178. 178. 4. Riebo. Wechsel. 178. In Dachau. So. Viertel Drehung nach rechts. Viertel Drehung zurück in der Sicht. Viertel Drehung zurück in der Sicht. Wir wechseln durch, Dankeschön. Viertel Drehung nach rechts, Viertel Drehung zur Rückenansicht, Hand bitte an die Hüfte und nicht nach oben, Dankeschön, es ist keine Latismus-Pose, Viertel Drehung nach rechts, Viertel Drehung zur Frontansicht, Dankeschön, meine Herren, wir sehen euch zu Siegern. Das war unser drittes Finale in der Physikklasse, es bleiben noch die schweren Jungs, die maskular Man's Physikathleten, die es ins Finale geschafft haben, natürlich auch hier, sechst an der Zahl, die ich umgehend vorstellen werde. Die Top 6 mit der Startnummer 197 Max Demmerle, Sportschule Guttensberg, 198 Sebi Iginoklu von Vitalis Hagen, 199 Kaya Mesut von Mexsport Stuttgart, 200 Abduhl Musef von Vitalis Hagen, 202 Adam Hirschfeld vom Leistungszentrum Werks, 195 Sandro Ricciirilio vom Vitalis Hagen, Viertel Drehung nach rechts, Viertel Drehung nach rechts, Viertel Drehung zur Rückenansicht, Viertel Drehung nach rechts, und eine Viertel Drehung zur Frontansicht, Dankeschön, Auf Wiedersehen. Los Peter! Auf Wiedersehen. Die Position der Athleten einmal durchgewechselt. Bei dem schnellen Baden-Württemberger komme ich nicht mit. Und weiter geht's. Viertel Drehung nach rechts. Viertel Drehung zur Rückenansicht. Viertel Drehung nach rechts. Und zur Frontansicht. Macht nicht groß. Dankeschön, meine Damen und Herren. Wir sehen euch gleich wieder zur Siegel.